Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin-Update-Video. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde jetzt nach und nach eure ganzen Altcoin-Wünsche abarbeiten, weil sich jetzt momentan einfach wieder einigermaßen gute Einkaufskurse ergeben für euch, für den kommenden Bullrun, für den laufenden Bullrun, für jeden ist das ja momentan ein bisschen was anderes, aber für mich dann eher für die irgendwann kommende Altcoin-Season, die wir jetzt meiner Meinung nach noch nicht hatten. Heute werden wir uns Phantom ein bisschen genauer angucken, was es da momentan so für Einkaufskurse gibt, wo ich nachkaufen würde, wo die größeren Zonen sind, all das werden wir uns im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung, dort poste ich dann auch alle neuen Videos, die da reinkommen. Die sind natürlich auch in der Altcoin-Playlist auf YouTube gespeichert, also gebt euch die auch gerne mal dazu und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht und noch ein paar Boni abgreifen wollt, meldet euch gerne bei Binkix unten an, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte und wenn ihr eure User-ID noch heute in Telegram oder unter das Video schreibt, dann seid ihr auch wieder beim Gewinnspiel dabei, es werden wieder 5 Leute ausgelost, die dann nächste Woche ein paar Boni geschenkt bekommen. So, jetzt aber rein in die Analyse, momentan traden wir bei 43 US-Dollar-Cent. Auch hier natürlich ein starker Abverkauf jetzt am Freitag gewesen, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, auf Daily-Sicht ging es hier einfach mal 36% in den letzten Tagen bei Phantom nach unten und das sind eigentlich perfekte Einkaufskurse für alle, die hier noch möglicherweise einsteigen wollten und die im Bärenmarkt bzw. ja letztes, vorletztes Jahr nicht akkumuliert haben, hier nochmal einsteigen möchten. Den größten Teil, wer sich daran erinnern kann, haben wir hier zwischen, ich sag mal 32 und 17 US-Dollar-Cent akkumuliert, das heißt, wir hatten einen Entry hier von ungefähr, ich sag jetzt einmal mal 24, 25 US-Dollar-Cent. Davon sind wir immer noch knapp 100% momentan im Plus, wir haben schon Profite genommen. Im Best Case, sag ich jetzt einfach mal, wer das so beide Zonen mitgenommen hat, hatte hier im ersten oder in der ersten Bullrun-Phase, sag ich mal 400% knapp Plus. Jetzt hatten wir eine starke Korrektur, sagen wir auch mal vom Top aus, gehen wir jetzt mal runter bis zu unserem Tief von 70% und da lohnt es sich allemal, zumindest langsam wieder mit DCA in den Markt hier reinzugehen, vor allem eben nach diesen dramatischen Kursverlusten. Wenn wir uns das mal ganz kurz erst im 4-Stunden-Timeframe angucken, sehen wir, dass nach diesem Kursrutsch mittlerweile wieder so eine kleine V-Shape-Recovery eingesetzt hat. Es ist am Wochenende, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, deswegen bin ich kein Fan davon, jetzt hier schon irgendwie in Long-Position reinzugehen, vor allem, weil wir hier ordentlich wahrscheinlich noch hier unten Volumen drinnen haben, was eher dafür sprechen würde, kurzfristig, dass wir hier entweder nochmal einen doppelten Boden oder sogar nochmal in den Bereich der 33 US-Dollar-Cent abfallen, bevor wir dann möglicherweise entweder eine längere Seitwärtsphase sehen und dann irgendwann in die Altcoin-Season bzw. in den Bullrun wieder einsteigen. Deswegen bleibe ich hier erstmal Seitenlinie, was Trade-Technisch anbelangt bzw. gehen wir jetzt mal wieder auf den Daily-Timeframe und da wollte ich auf die Einkaufskurse eingehen. Also für alle, die jetzt noch nicht irgendwie in Phantom drin sind, würde ich sogar hier diese Kurse jetzt ziemlich stark als Einkaufskurse sehen. Also dieser ganze Bereich hier unten, wo dieser WIC ist, könnte man meiner Meinung nach zum Beispiel schon mal mit 25% hier schon mal die erste kleine Position kaufen. Man macht hier DCA, man geht niemals mit 100% komplett in diesen Buy rein, macht einfach keinen Sinn. Das ist genau das gleiche Spiel, wenn man euch sagt, okay, ja hier oben, wir haben jetzt eine fette Altcoin-Season, kauft uns da oben. Nee, das war einfach komplett überteuert. Der Markt hat das nicht hergegeben. Deswegen DCA, damit sind wir im Bärenmarkt perfekt gelaufen und können damit aber auch im Bullrun bzw. bei einer stärkeren Korrektur nochmal ordentlich nachkaufen. Die größere und interessantere Zone meiner Meinung nach ist aber genau die Supportzone, die im Endeffekt im Bärenmarkt uns schon ab und zu mal das Genick gebrochen hat bzw. wo sehr oft einerseits als Support gehalten hat, andererseits aber auch als Widerstand hier wiederum. Das ist die Marke hier ab 33 US-Dollar-Cent. Also das ist die fetteste Einkaufslinie, die man sich erstmal vorstellen könnte, zumindest kurzfristig. Auch hier würde ich zwischen 25% und 50% in den Markt reingehen. Wenn ihr da zum Beispiel 100 Dollar jetzt investieren wollt, insgesamt wären die ersten 25 hier, dann nochmal 25 bis 50 Dollar in diesem Bereich und danach würde ich erst hier unten wieder bei 17 US-Dollar-Cent einsteigen und dann vielleicht nochmal den Rest hier unten, also nochmal knapp 50% oder sowas bzw. 50 Dollar in den Markt reingehen. Warum da unten? Weil im Endeffekt der ganze Bärenmarkt hier unten sein Tief gefunden hat. Ich glaube nicht, dass wir nochmal solche Kurse sehen. Also da müsste es wirklich nochmal ein Black Swan Event geben, dass wir nochmal über 50, 60% nach unten hinfallen. Wir können uns mal ganz kurz das FIP-Level ziehen von unserem Tief bis zu unserem Hoch. Und da sehen wir auch, okay, wir haben das Golden Pocket jetzt verloren. Wir sind am 0,786er, haben jetzt erstmal hier Support gefunden. Hat aber auch damit zu tun, dass wir hier eine starke Rallye hatten von 38 US-Dollar-Cent bis eben 1,22 Dollar. Und genau hier halt eben noch ein paar Ineffizienzen waren. Das heißt, das 0,786er könnte ein sehr, sehr guter Support jetzt erstmal werden. Sollten wir hier eine längere Konsolidierung sehen. Aber, das ist das gleiche Spiel wie bei XRP, wo ich ja am Freitag das Video dazu gemacht habe, wir haben hier einen sehr langen Docht. Ich verschiebe hier nochmal ganz kurz diese grüne Box und verschiebe sie mal hier rüber. Das sieht man nämlich auf dem Daily Chart sehr, sehr gut. Dieser Wig hier, also mit der Tiefbildung, wurde sehr, sehr stark wieder aufgekauft. Und da sprechen wir hier von 12 bis 13%, wo dieser Wig, beziehungsweise Docht, lang ist auf Daily Sicht. Das ist sehr, sehr lang. Aber Vergangenheit hat uns auch hier gezeigt, das gilt bei allen Altcoins, das gilt bei Bitcoin, die Dochte, beziehungsweise Wigs, werden früher oder später wieder aufgefüllt. Und das war im Endeffekt hier der Fall, das war hier oben der Fall, es war hier der Fall, wo wir dann eiskalt runter sind. Und das ist eben auch das Risiko hier, was wir jetzt dann haben bei den 38 Cent, warum ich gesagt habe, okay, im 4-Stunden-Timefilm würde ich jetzt nicht unbedingt hier gleich wieder in den Long reinhüpfen, weil diese Dochte meistens aufgefüllt werden. Und komischerweise haben wir unten auch nochmal einen kleinen, bei 30 US-Dollar Cent, dieser Wig macht jetzt aber, glaube ich, nicht so viel aus. Das sind 7%. Kann man machen, muss man nicht machen, aber normalerweise werden diese Dochte früher oder später gefüllt. Das heißt für mich momentan eher dieses Spot, also Spot kaufen momentan ein bisschen für euch im Vordergrund. Trade-technisch würde ich hier erst jetzt mal nochmal die nächste Woche abwarten, wie die USA im Endeffekt da noch starten werden. Letzten Donnerstag Feiertag, Freitag dann auch jetzt nicht mehr so viele Umsätze. Das kann schon noch etwas mehr Bewegung dann nächste Woche geben. Aber das ist jetzt erstmal so grob der Fahrplan bei Phantom. Wenn ihr noch irgendwelche Altkommens habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich werde jetzt eins nach dem anderen wirklich abarbeiten und dann schauen wir weiter. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns eventuell später nochmal zu einem Altkommens-Video. Ansonsten schönen Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Ciao.